So, hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin gerade mit Laufen fertig. Ich bin jetzt das erste Mal nach meiner OP wieder 10 Kilometer gelaufen. Ich durfte ja erst keinen Sport machen. Das habe ich ja auch dann brav gemacht. Ja, heute ist der 25.12. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Abend mit eurer Nachfamilie. Oder Familie, wie auch immer ihr das gehandhabt habt. Ich habe ja nicht viel. Bei mir gibt es ja nur meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwiegermutter, mein Mann. Und wir waren auch, also meine Oma war da und da haben wir dann gegessen, Bescherung gemacht. Ja, das war es dann. Das war richtig schön. Und ich habe Kohlrouladen gemacht. Nein, Rinderrouladen, gar nicht wahr, was erzähle ich. Ich habe Rinderrouladen gemacht. Klöße, die sind aber nichts geworden. Das war blöd. Die sind echt, das war scheiße. Ich muss die noch mal machen. Ja, dann hatte meine Schwiegermutter Suppe gemacht. Meine Mutter hat das Dessert gemacht. Ja. Und das war dann, ich glaube, um 10 sind die gefahren oder halb 10. Und wir haben dann noch, saßen wir mit meiner Schwiegermutter noch da, weiß ich nicht, bis halb 12 oder so. Und dann sind wir auch ins Bett. Ja. Heute gibt es dann die Reste von gestern. Und meine Stolle, die ich gemacht habe. Und den Bratapfellikör. Das zeige ich euch dann alles mal. Aber das kommt dann Sonntag in einem Video. Ja, ich wollte euch jetzt eigentlich nur frohe Weihnachten wünschen. Und ich hoffe, ihr verbringt die Tage schön. Wir gehen jetzt, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe es jetzt noch, weiß ich nicht, drei, vier Minuten. Und dann dusche ich mich. Mal gucken, ob wir dann essen. Und dann irgendwie eine große Runde mit Wuschel machen. Oder andersrum. Und dann werde ich mich aufs Sofa begeben. Und dann gibt es heute Abend ja die Reste, wie gesagt. Und dann Stolle noch. Mal gucken, wie die geworden ist. Ich hoffe, die ist lecker. Ja, wie gesagt, frohe Weihnachten und bis Sonntag. Ciao.